Moin, moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der besten Apps der Woche hier auf OwnGalaxy und heute habe ich wieder 5 coole Apps für euch dabei und ich würde sagen, starten wir auch gleich. Auf geht's! Die erste App für heute nennt sich LeapDay und hierbei müssen wir versuchen, unser Charakter so weit wie möglich nach oben zu befördern und das schaffen wir, indem wir halt gegen die Wände springen und uns halt abstoßen und so versuchen wir uns halt so weit wie möglich nach oben zu hangeln und ja, das Ganze ist in so, ja, ich würde mal sagen, Ebenen aufgebaut das heißt, wir können immer eine neue Ebene erreichen und dann können wir wieder nicht weiter runterfallen das heißt, wir hangeln uns immer weiter hoch und versuchen halt einen guten Highscore hierbei zu erreichen und das Ganze wechselt auch jeden Tag ab, das heißt, jeden Tag bekommen wir hier ein anders aufgebautes Level deswegen nennt sich das Ganze wahrscheinlich auch LeapDay und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool und es war sehr abwechslungsfrei, muss ich sagen auch die Grafik hier mit dieser ganzen Pixeloptik fand ich sehr, sehr nett deswegen probiert das Ganze gerne mal selber aus weiter geht es mit der App Animoto und hierbei können wir ganz einfach aus Fotos und Videos kleine Kurzfilme erstellen, die wir dann beispielsweise in den sozialen Netzwerken teilen können das funktioniert sehr, sehr einfach wir wählen einfach die Fotos und Videos aus, die wir gerne in den Kurzfilmen verarbeiten wollen und dann können wir diese beispielsweise, also jetzt bei den Videos, können wir diese noch schneiden auf die richtige Länge, die wir gerne haben wollen wir können beispielsweise noch kleine Titel dazwischen setzen, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendeinen Ort haben wo wir sagen, da soll noch ein Titel davor gesetzt werden, können wir das hier auch tun und ja, letztendlich sucht man sich dann einen Style aus das ist sozusagen die Art und Weise, wie diese Bilder dann miteinander verbunden werden wie das dann letztendlich zusammengeschnitten wird und ja, danach sucht man sich dann auch noch einen Song aus es kann entweder ein Song sein, den ihr auf eurem Telefon gespeichert habt oder es kann halt hier auch ein Song sein, der schon vorgegeben wurde und dann wird das Ganze zusammen gemixt ich kann euch jetzt einfach mal zeigen, wie das dann zum Schluss aussieht das habe ich jetzt hier zum Beispiel gerade mit dieser App gemacht und dann wehribe! Musik 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 Music Die nächste App nennt sich Snowboard The Fourth Phase, ein wirklich sehr schwer auszusprechender Name, aber dafür ist die App umso besser und ja, hierbei müssen wir mit dem Snowboard den Berg herunterfahren, wer hätte das gedacht, aber dabei ist das cool geregelt, denn wir müssen einmal versuchen, die Coins einzusammeln, das heißt, möglichst gut in Schlangenlinien runterzufahren, sodass wir alles einsammeln und darüber hinaus, sobald wir an eine Klippe kommen, versuchen dort einen möglichst guten Stunt hinzulegen, denn wir werden immer von einem Fotografen beobachtet, sag ich mal, und der möchte natürlich möglichst coole Fotos von uns schießen und ja, deswegen versuchen wir dann hierbei immer coole Stunts hinzulegen und das finde ich auf jeden Fall eine coole Kombination, einmal so aus dem richtigen herunterfahren und dabei viele Münzen einzusammeln und dann halt noch immer mal zwischendurch solche Stunts hier einzubauen. Ist auf jeden Fall sehr gut gemacht, finde ich und auch die Grafik hat mich hier angesprochen, deswegen gibt es hier eine dicke Empfehlung. Außerdem richtig spannend ist die App Hexlog, denn mit dieser App können wir unserem Smartphone einfach ein bisschen mehr, ich sag mal Privatsphäre verschaffen, denn wir können hier sogenannte Profile anlegen, indem wir dann bestimmte Apps als Privat kennzeichnen und diese Apps können dann immer nur geöffnet werden, wenn man ein Muster oder ein Passwort eingibt und somit kann man halt gewährleisten, dass nur Leute in die App reinkommen, die halt auch in diese App reinkommen sollen. Das ist halt gerade besonders praktisch, wenn man das in Verbindung mit diesen Profilen benutzt, denn dann kann man zum Beispiel ein Kinderprofil anlegen, wo dann alle Apps sozusagen gesperrt werden, die halt nicht kindertauglich sind oder man macht das vielleicht auch für privat und geschäftlich. Da gibt es auf jeden Fall dutzende Möglichkeiten, wie man das Ganze einsetzen kann. Es gibt allerdings auch noch eine andere Funktion dieser App, die auch noch sehr, sehr spannend ist und zwar kann man sozusagen auch noch Fotos sperren. Denn es funktioniert wie folgt, die App hat einen kleinen Tresor eingebaut und dann kann man einfach in diesem Tresor Bilder oder Videos auswählen, die man halt nicht in der normalen Galerie angezeigt bekommen möchte, sondern halt nur in diesem Tresor. Das heißt, die werden dann aus der Galerie rausgelöscht und nur in der HexLog App in diesem Tresor halt angezeigt. Und so können wir halt auch sicher gehen, wenn wir irgendwie peinliche Fotos haben, die wir jetzt nicht unbedingt in der Galerie gespeichert haben wollen, dass die halt auch nochmal an einem sicheren Ort halt auch nochmal aufgelistet werden. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache und ja, verleiht eurem Telefon wirklich sehr, sehr viel Privatsphäre. Deswegen gibt es hier eine dicke Empfehlung. Als i-Tüpfelchen dieses Videos habe ich jetzt noch die App Traffic Rush 2 für euch am Start. Und hierbei müssen wir versuchen, diese Kreuzung hier vor Unfällen zu bewahren. Und ja, das ist jetzt nicht so gemacht wie bei anderen Apps, dass wir irgendwie eine Ampel immer auf Rot oder Grün stellen müssen, sondern das Ganze ist ein bisschen schwerer aufgebaut. Denn die Autos fahren immer auf die Kreuzung zu, werden ein bisschen langsamer und wir können dann diese Autos beschleunigen, indem wir über sie hinüberwischen, sage ich mal. Und durch diesen Wisch werden die dann halt viel schneller und fahren über die Kreuzung rüber. Das heißt, wir müssen immer so das Ganze koordinieren, dass die Autos nicht zusammenstoßen. Das heißt, wir müssen immer gucken, kommt da gerade ein Auto, jetzt beschleunige ich mal das andere, damit es noch schnell davor rüber huscht. Und das ist auf jeden Fall eine schwierige Sache, fand ich. Und auch diese Grafik hier hat mir gut gefallen. Deswegen würde ich sagen, probiert das Ganze gerne mal selber aus. Dieses Video neigt sich auch schon wieder dem Ende entgegen und deswegen würde ich mich auch jetzt wieder über eure App-Vorschläge dort unten in den Kommentaren freuen. Schreibt da gerne mal ein paar coole Apps rein. Und ansonsten könnt ihr euch natürlich noch die letzte Ausgabe der besten Apps der Woche anschauen. Die ist in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin viel Spaß und tschüss.